Heute schauen wir uns den 2021er Dezimer Maximiner Klosterlei an. Dieser Wein ist vom Weingut Alten. Das Weingut Alten in Dezim an der Mosel ist ein Familienbetrieb. Übernommen haben das jetzt 2018 Daniela und Julia Alten, die Töchtergeneration. Wir sind hier bei einem Lagenwein, deswegen auch Maximiner Klosterlei, der Name der Lage. So, diese Lage ist von Grau und Blauschiefer geprägt, hat ein bisschen Lössanteil, eine Südwestausrichtung. Und das ganz Besondere für die Mosel im Generellen und diese Lage im Speziellen ist ja alte Rebstöcke. Die sind 85 Jahre alt und älter. Da steckt, wenn ihr so wollt, in den Pflanzen eine wahnsinnig große Weisheit drin. Was so auffällig ist in der Nase, so ein Potpourri an sehr tropischen Früchten. Ein voran Ananas und Litchi und auch so Limettenabrieb. Gleich dahinter kommt so eine starke Schiefernote. Auch dieses sehr feine, elegante Apfel-Liege, weil die Apfelfrucht, die der Riesling ja generell hervorbringt, die ist ja an der Mosel immer sehr subtil, sehr feinfruchtig. Ich probiere mir mal einen Schluck und das ist jetzt halt, das ist jetzt am Gaumen super elegant. Das ist Mosel par excellence. Es ist sehr seidig, sehr pointiert, also gerade akzentuiert, keine barocken Ausschweifungen. Das ist ganz klar die Säure, die eine Struktur vorgibt, die den Schiefer so nach oben hebt. Und dann schließt sich darin an dieses Potpourri an Früchten, was aber überhaupt nicht aufdringlich oder parfümiert, überschwänglich wirkt, sondern was an dieser Stelle so sehr gut eingebunden, sehr gut eingefangen wird und dem Wein nochmal so interessante Noten hinzufügt. Weil, wenn wir dem Ganzen jetzt am Gaumen nachspüren, dann stellen wir fest, dass sozusagen an den Rändern der Ananas, der Limette, der Litchi, dass das nicht ausfranst, sondern dass da plötzlich so Kräuter auftauchen. So ein bisschen Salbei, ein bisschen was, so einer Bergminze oder so, die da auch nochmal so eine kühle, frische reinbringt. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist wirklich ein sehr toller Wein, der sehr viel Spaß macht. Ja, und auch einfach diese Textur, dieses präzise, seidige. Ich liebe das, das ist richtig gut. Das macht großen Spaß.